So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Euro Truck Simulator 2. Ja, jetzt ist das neue DLC, wo zu The Black Sea rausgekommen, ist auch immer natürlich wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Und hier haben wir, was wir alles so neu haben. Rumänien, Bulgarien und ein kleiner Teil Türkei mit Istanbul, der größte Stadt Europas zum Beispiel. Und wir haben auch manchmal lustige Namen hier, Neumarkt Amires. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Kluz sagt mir was, Bukarest, Sofia, ist glaube ich die Hauptstadt von Rumänien, äh, Bulgarien, ne, oder? Ja, und der Rest, Konstanza. Gut, naja, ich habe mich einfach mal hierhin gebeamt, sage ich mal, Seget oder keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Müsste Ungarn sein oder ich weiß auch nicht, wo wir genau sind, wenn wir jetzt in... Achso, sieht man das hier? Ja, Ungarn. Und hier sieht man hier, das ist nochmal so ein bisschen besser. Da kommen wir noch gar nicht hin, weil das ist, glaube ich, auch der asiatische Teil, ich weiß es nicht. Na, vielleicht kommen wir nochmal... So, haben mindestens zwei DLCs. Braucht das Stück hier bestimmt auch noch. Bevor wir dann vielleicht mal hierhin kommen. Ich weiß es nicht, was die Entwickler so vorhaben. So, was haben wir denn jetzt so vor? Wir müssen mal irgendwo hinfahren, aber ich weiß auch nicht, wo. Irgendwo auch in neue Gebiete. Hier natürlich nicht, das kennen wir natürlich schon. Rumänien, da können wir zum Beispiel mal hinfahren. Mit Zucker. Oder hier, das würde vielleicht eher Sinn machen, dann würde ich gleich in die nächste Stadt gehen. Ja, machen wir mal. Warum ist das hier so klein? Ne, so ist glaube ich richtig, ne? Natürlich falsch rum, müssen wir sich hier lang. Sieht man manchmal nicht so, oder? Ich sehe das nicht. So, die ganzen Garagen habe ich auch schon gekauft. Da könnte ich natürlich überall hin. Wird zwar nicht oft... Wird zwar nicht wie jede Stadt gelten, die es neu gibt, aber... Ja, könnte man immer seine Schnellreisen machen, aber dann siehst du ja auch nicht viel. Deswegen, das gilt für mich halt nicht. Ich mag das lieber anders, so wie man es gewohnt ist. Ich werde natürlich auch wieder nicht alles zeigen, das habe ich ja noch nie gemacht. Außer vielleicht mal... Ja gut, am Anfang, wo es mal ein festes Let's Play war, da habe ich natürlich noch ein bisschen mehr gemacht. Aber ich will natürlich auch nicht alles zeigen und alles vorwegnehmen. Also, ihr solltet das nicht hier auch ein bisschen selber spielen. Nehmen wir mal unsere Postpagette hier auf mit. Wie auch immer. Aber so ein paar Folgen, bestimmt. Und, äh... Ich dachte... Und, äh... Na gut, vielleicht ist es bei American Truck Simulator so, dass da kein großes Interesse ist. Und hier eher wieder mehr. Oder weil es neu war. Oder weil der Update drin stand letztes Mal. Haben sich zumindest ein paar Leute angeguckt. Oder... Ist es jetzt wieder mehr sichtbar? Ich weiß es nicht. Ich habe auch... Wenn das Video rauskommt, habe ich auch als Premiere eingestellt. Das kündelt sich dann ja auch ein bisschen vorher an. Vielleicht sieht man das dann auch auf dem Channel besser oder so. Gut, muss man natürlich auch um die Uhrzeit zu Hause sein. Um 16 Uhr, sag ich mal. Kann man das so sehen. So eine Vorfelds-RP und dann startet eine Premiere. Und dann läuft der Counter und so runter. Das ist irgendwie ganz lustig. So... Gerade noch so... Nicht rüber gefahren. Also so, dass nichts abgezogen wird. Gut, vom Geld her ist das eh egal. Aber aus Prinzip vielleicht mal. Sollte man mal ein bisschen drauf achten. Dadurch mit den Grenzen ist das auch ein bisschen anders hier. Die sind hier ein Ziel. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Fluss... Wie heißt das? Flussfähre. Keine Sphäre, aber eine Fähre. Ich weiß auch immer nicht, ob diese Perspektive oder die andere. Die andere komme ich mittlerweile auch gut klar. Aber... Da man ja Neues auch sehen will und so. Weiß ich das noch nicht. Das ist ja sowieso nicht alles so perfekt. Oh, da hinten raucht die Schlauensteine. Aber haben sie schon ein bisschen mehr Städte eingebaut jetzt. Also für drei Länder und so. Und es sind 30 neue. Schon ganz nice. Damals bei diesen... Going East DLC. Eben mit Polen, Ungarn und was nicht alles. Tschechien, Slowakei und was da nicht alles drin ist. Da war das glaube ich nicht so detailreich. Auch kleinere Länder. Aber... Da haben sie überall nicht so viel Städterei geballert. Könnte mehr sein. Schon wieder eine rote Ampel. Da muss ich mal was gucken. Ja. Da fahren wir nämlich auch lang. Hier ist nämlich der Grenzübergang anscheinend. Ja, das sieht so aus. Mal gucken... Wie das dann so gemacht wird. Ja, da fehlt irgendwie noch sowas wie Musik. Aber ich weiß noch nicht, wie das heutzutage hundertprozentig mit der GEMA ist. Klar, ich verdiene nix auf diesem Channel. Aber... Hm. Ich könnte es jetzt anmachen und dann wird es veröffentlicht. Und dann ist das Video weg oder so. Oder weiß ich was. Ich weiß es alles nicht. Also lieber nicht. Da habe ich ja glaube ich mal die Circle of Alchemists eingemacht. Also das weiß ich, dass man das verwenden darf. Es gibt überhaupt bestimmte Künstler, die man immer verwenden darf. Ist das mit der GEMA überhaupt noch so schlimm? Ich weiß es nicht. Aber kann natürlich sein, dass das hier auch so ein neuer Bereich ist. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Weil man muss ja sozusagen von den alten Städten oder DLCs oder wie auch immer Länder... Da muss man ja auch so einen kleinen Übergang schaffen. Zum neuen. Und äh... Zur Grenze und sowas, ne? Kann nur sein, dass das an den... Ja... Wie so ein, zwei Länder, dass da... Bei der Grenze, dass da ein bisschen auch was Neues gemacht wurde. Hier sieht es auch fast aus. Wie so ein Übergang oder so. Also wenn da hier ein bisschen detaillierter ist, aber so sieht es auch gerade irgendwie fast so aus. Für Karte ist da so ein... So eine Straße, aber da kann man gar nicht lang. Müsste man ja auch wieder neue Polizei sehen. Ach, das muss ich auch mal. Hast du sie weggemacht? Ich stelle die jeweiligen Länder, ne? So... Äh... Da sieht noch alles ganz gut aus. Da kommt jetzt die Grenze. So, wir wollen mal sehen. Ob es jetzt so standardmäßig ist oder ob es neu ist. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Rumänien auf jeden Fall. Das ist die rumänische Grenze. Ach ja, zumindest sieht das detaillierter aus und größer aus. Das habe ich auch schon in den Screenshots und so gesehen. Das ist für die Autos da. Da darf ich gar nicht fahren, sozusagen. Okay, das wird auch cool dann gemacht irgendwie. Gut, ob ich jetzt da, da oder da fahre. Ich muss sie halt auf jeden Fall anhalten. Kann nicht einfach so durchbrettern. Okay, na egal. Grenzkontrolle beginnen. Prüfe ihre Papiere. Ja, das kennen wir ja schon von Russland so ein bisschen. Also, ja, würde mich auch wundern, wenn nicht. Kann das dann auch mal irgendwie sein, dass das nicht in Ordnung ist oder so? Ich habe keine Ahnung. Ach ja, das müssen wir auch noch machen. Wiegestation. Das ist alles jetzt in eins. Naja, das gibt es jetzt hier auch also. Dann gibt es jetzt auch diese Umleitung teilweise. Äh, das muss jetzt so rot aus, aber okay. Jetzt ist grün. Okay. Alles klar, hier wird das eben ein bisschen anders gemacht. Sonst hat man bei American Crafts 100 hat man ja so ein gutes Symbol, dieses grüne da. Okay, kann man auch so machen. Ist ja mal ganz interessant. Du kannst schon 50 fahren da, Kollege. Ruheland. So, die müssen wir schon auf den Verkehr achten, ja, ich weiß. Aber ich bin dann natürlich so ein bisschen so ein Raudi, ne? Ja. Und rüber ziehst du jetzt hoffentlich nicht. Hier können wir 90 fahren. Hau rein, Kollege. Ich zieh mal einfach rüber. Wir können sogar 100 fahren, aber... Darf man schon, aber schafft das an LKW in diesem Spiel hier überhaupt? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich habe auch schon alles aufgerüstet. Vielleicht wenn man ein Mercedes, keine Ahnung, weiß ich nicht genau, LKW macht oder so. Das ist natürlich nicht so nett. Hier haben wir schon mal eine gewisse Umleitung. Oha, das ist aber richtig, was passiert anscheinend. Ja, soll sozusagen so dargestellt werden. Dann muss ich hier gleich rum. Gut, ich habe es... Da soll ich... Ah, gut, das geht noch, weil da so ein Kreisel ist. Ich dachte, ich müsste, was ich wohl, langfahren. Einen Riesenumweg. Aber das ist nur... Das ist nur ein minimaler Umweg, was man eben so auf der Kilometeranzeige gesehen hat. Das ist aber alles eng hier. Das müssen die anderen ja auch machen. Ich will ja jetzt nicht da durchmogeln. Ich mache so, wie das Spiel es vorsieht. Finde ich auch ganz cool. Das ist gut. Die Landschaften sehen schon anders aus. Also... Ich habe das Spiel nicht von Anfang an gespielt, seit es released wurde. Aber später... Also spätestens so seit dem Frankreich DLC, sag ich mal. Da kann man nach Frankreich und Italien und was nicht alles... Letztes Jahr, jedes Jahr kommt dann ein bisschen was. Also die letzten zwei, drei Jahre, habe ich das Gefühl, es sind hier mehr Details drin. Und deswegen wird ja auch Deutschland zum Beispiel ein bisschen überarbeitet. Weil das natürlich noch von der ganzen... Also der krassen Anfangszeit ist. Und das ist ja schon über sieben Jahre her, dass das Spiel rauskam. Na, vielleicht sieht man das noch mal irgendwann, dass es irgendwann mal fertig wird. Man kann die immer bearbeiten, Details einbauen, neue Ereignisse. Weiß nicht, ob man das immer kann. Oder nochmal wieder vielleicht ein paar neue Städte oder so. Irgendwann fährt man vielleicht alle Länder. Und dann ist klar, es gibt auch Mods und so. Aber ich will irgendwie nicht immer das Offizielle spielen. Nicht das Inoffizielle. Ich sollte auch mal ein bisschen blinken. Zumindest gleich, wenn ich aus den Kreisen hier raus bin. Das wäre ein bisschen verwirrt gewesen, aber egal. Welche Länder sind da noch? Ich weiß es nicht. Kroatien und sowas? Keine Ahnung. Natürlich sowas wie Griechenland und so. Das fällt mir ja so noch spontan da so ein. Und dann natürlich ganz im Westen halt Spanien und Portugal. Das sind bestimmt viele Wünsche. So, wir sind jetzt hier in Temeswar. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Aber wir müssen erstmal unsere Lieferung hier haben. Und was will er denn da? Macht mir keinen... Keine Klar. Balkanentdecker. Okay, 1 von 30. Oh, das sind die ganzen Balkanentdecker. Beyond the Blacks. Wozu so Blacks? Also geht es Richtung Schwarzes Meer. Ah, ein bisschen schnell sind wir wieder unterwegs. Aber ja, Postpakete kommen gleich an. Da hinten ist auch wieder eine Werkstatt. Und... Ja, der freut sich auch, der Jesus. Schade, dass man manchmal nicht aussteigen kann. Oder auf so ein Feature jemals reinkommt. Wenigstens in den Städten so. Oder in der Nähe des Städtes. Dass man da so ein bisschen rumlaufen kann. Keine Ahnung. Was ist er für einer? Der Inspektor da oder was? Hey. Du kommst hier nicht rein. Muss ich auch nicht rein. Ganz schön industriell hier. Und ganz schön... Es weckt alles mal ein bisschen anders. Aber nicht schlecht. Hinten ist ein Flughafen. Und ich muss natürlich hier rein. Also da. So, auf Nummer sicher gehen. Das ist eigentlich easy going. Und da hinten ist eine Boeing. Nein, weiß nicht. Keine Ahnung. Hat sie nur gerade gereimt. So. Absatteln. Ja, von... Ja, von... Keine Ahnung. Zigit. Nach Temeswar. Fastpakete. Ja. Bitteschön. Bitteschön. Dankeschön. So. Haben wir hier noch... Äh... Gedöns. Äh... Wie nah kann man jetzt mittlerweile rammensuchen? Hier haben wir kein Fragezeichen. Da kann ich nochmal eben gucken hier. Beispiel... RKW-Händler. Boah, da gibt's noch ein paar, ne? Da zwei, da einer. Und hier... Einige. Sieben Stück. Und Arbeitsagenturen. Drei, zwei, eins. Mal eins. Na ja, gut. Dann gucken wir mal, wo wir beim nächsten Mal hinfahren. Eisenmarkt. Ja, wir wollen natürlich hier noch ein bisschen weiter. Das ist natürlich ein bisschen eine längere Reise. Da möchte ich noch nicht ganz hin. Hier auch nicht. Schon eher da. Oder hier. Rishitsa. Da kennt ihr auch den Spieler Rishitsa von Werder Bremen? Äh, ja. Limonade. Ja, das könnte man mal machen. Und hier noch was Schönes. Muss eigentlich nur hier so ein bisschen gucken, dass man die Länder im Blick hat. Also wieder Postpakete. Da hab ich keinen Bock drauf. Nicht schon wieder dasselbe. Gut, dann machen wir den einen da in der nächsten Folge. War glaube ich hier irgendwo, ne? Wo ist die Limonade? Hier. Ich hoffe, das läuft nicht aus, das Angebot. Ich hoffe, das läuft nicht aus, das Angebot. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.